Äh, wir haben Offstream eine Zeit lang sehr viel zusammengezockt, ja. Jetzt seit ich so Battleground-Streamer nicht mehr so viel natürlich, weil nach dem Battleground-Stream hab ich auch nicht mehr... Da oben rechts, oben rechts, Nordwesten, den Berg rauf. Ja, ja, deiner hat dich, nee, der hat dich nicht gesehen. Weiß nicht, wie weit man vorleiten muss, wenn der so quer rauf rennt, das ist voll schwer für mich. Nicht so viel. Der ist nicht so weit weg. Einer nockt. Passer. Der andere ist da noch hinten. Der andere ist da hinten runtergegangen, ne? Ja, okay, direkt rum. Musst du gleich aufpassen, der ist irgendwo oben am Berg. Ja. Soll ich mal rauflaufen? Ja, kannst probieren, aber nimm die Nahkampfwaffe erst mal in der Hand, falls der Klaus ist. Hab ich in der Hand, hab ich in der Hand, alles gut. Ja, der ist oben, ich seh den. Der hat auch eine K, der ist auch eine K. Bisschen weiter runter. Hat zwei Hits, müsste sehr low sein. Rush, 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 der will sich heilen. Bin auch neben dir gleich. Das müsste gleich vor dir sein. Ein Stück weiter. Nice, nice. Göttliches Aim, Pia, göttliches Aim. War nicht so schwer. Ist das sehr gut gemacht. Der hat ein Zweier. Hillbilly? Was ist mit Hillbilly? Dreierscheider, Level 2 Backpack. Kann ich hier oben in Ruhe sitzen? Was meinst du? Fünf, fünf, sechser. Ja, sitzen ist immer so eine Sache. Halb. Man kann immer halb sitzen. Auto? Ja, ich weiß. Lass den vorbeifahren. Dein Zweierrucksack, ja. Brauchst du noch einen Nahkampfscope? Ich habe einen Red Dot. Ja, okay. Und hier oben ist noch ein Holo und ein Zweier. Nee, nee, ich habe einen Nahkampf und einen Feinkampf. Ich bin soweit ganz gut. Natural Born Killer. Oh. Das war aufregend. Das war aufregend. Eigentlich waren die voll die Opfer, die armen Beiden. Ey, die haben ja gar nichts. Nicht einen Treffer gelandet. Gegen mich ist alles ein Opfer. Warte mal. Hinten, 185 im Süden. Unter dem, unter dem, da läuft gerade einer rein, oben in die Hallen. Hast du jetzt einen Scope? Nein, also für die K nicht, ne? Ich könnte da zwei ja eigentlich drauf machen, aber ich habe gerade irgendwie ein bisschen, war ich ein bisschen nervös und ich konnte nichts mehr in meinen Rucksack kriegen. Ähm. Ich ziehe das mal eben da drauf. So. Aber hier, ne? In die Richtung. 175 im Süden. Ich habe einen Sunny Kit, falls du nachher eins brauchst. Ähm, ich habe vier. Wie viel hast du insgesamt? Ähm, sechs First Aid, ein Sunny, 15 Badagen, ein Pan-Killer. Das war's. Ein Pan-Killer nur, insgesamt am Boost. Ja. Ja. Ja, hier dann immer noch die Beiden. Willst du ein First Aid dafür? Nein, nein, ich habe vier. Okay. Oh, leider. Oh, leider. Hey, Sebeckchen. Pi hat keinen Scope für ihre K. Ja, habe ich schon gehört. Nur das Zweier. Aber ich gebe jetzt auch nicht meinen Achter für die SKS ab. Das würde ich mit anderen Leuten auch nicht machen und ich bevorzuge sie nicht. Versteht ihr? Das ist, ähm, ich darf sie nicht bevorzugen, weil das Leben ist hart und ungerecht. Ich hätte jetzt zum Beispiel Spoon auch nicht mit den Achter gegeben. Also kriegt sie es auch nicht. Geht ein bisschen unter dir. Hinter uns Fahrzeug. Naja, höre ich. Aber kann aber nichts zu machen. Okay. Okay. Ja, die Muni looten wir noch. Wir haben 35 zum Nachlein. Das erst mal. Okay. Falls wir mal Bait brauchen, ich biete mich an. Nein, nein. Wir machen das ohne Bait. Wie lieb mich. Nur schlechte Strategen brauchen Bait. Wenn du ein Sniper-Mack findest, auf jeden Fall mir geben, ne? Oder Sniper hinten, Botstock und so, ne? Sorry, was hast du gesagt? Ich habe gerade mit dem Jack gesprochen. Wenn du Sniper-Mack oder Botstock für hinten findest, auf jeden Fall mir geben, ne? Na klar. Du hast die K-Loops, die sind das Beste an der K für hinten. Okay. Ja, jetzt brauche ich dir nur noch einen vernünftigen Scope. Und ich muss wirklich lernen, wie weit man mit der K vorzielt, weil die finde ich schon ziemlich nice. Bei so kurzen Entfernung kannst du fast schon genau draufhalten. Draufhalten, ne? Aber wenn der rennt? Fast schon. Jaja, du machst so einen Millimeter vor. Ja, okay. Ich habe, glaube ich, ein bisschen zu weit vorgewiesen. Rechts von uns, ne? Über dem Berg. Ist auch einer ge... Wir sind gerade davon weggelaufen. In der Stadt lag eins, aber du hast eins liegen lassen. Was? Einen was? Weiß ich auch nicht. Weiß ich, wo uns geht. Wegen Stratege. Ne, das sind nur Büsche. Wo war das denn jetzt genau? Oh, ganz hinten fährt ein Motorrad, siehst du? Noch außerhalb. Mal gucken, ob der stirbt. Auf der Straße oder was? Ne, 40 Grad. Noch außerhalb. Der kommt jetzt gleich rein. Hinten an den Häusern kommt der rein. Ja, der ist leider in Sicherheit gekommen. Schade. Jetzt wird hinter uns geschossen? Ja. Ich weiß leider nicht, wo die Leute... Wo das hier war. Aber die werden wohl in den Häusern sitzen, oder? Vermutlich. Mit ohne Sahne. Spektak, Pia, wann wird eigentlich geheiratet? Da kann ich ja nicht entscheiden. Das entscheidet doch eine Frau nicht. Ich bitte dich. Eine Frau entscheidet, was es zu essen gibt. Vielleicht. Das entscheidest du auch bei uns. Ja, ja. Das ist auch wichtig. Ja, laut! Du machst mich nervös, wenn der hin- und herläuft. Das muss ich dir sagen. Ich denke mal, wir rennen von irgendwas weg. Nein, ich will halt nicht getroffen werden. Guck mal, bei 20 Grad. Läuft gerade in diese Halle. Guck gerade in die andere Richtung. Von der T-Kreuzung rechts. Diese erste Halle, die so offen ist. Da ist einer drin. Da, jetzt läuft der links über die Straße. Siehst du? Mal die T-Kreuzung. Ja, sehe ich. Im Norden. Nein, passt er nicht? Ach, Quatsch. Den kann ich nicht töten mit der SKS, wenn der rennt. Aber mit der K hätte ich es versuchen können. Nee, der hat einen Dreierhelm. Wir können den rushen, wenn du willst. Wollen wir da runter? Da ist auf jeden Fall noch ein anderer, ne? Nein, der ist alleine. Aber können wir? Der ist alleine mit dem Motorrad gekommen. Ich meine, unten ist auf jeden Fall noch ein anderer. Der hat ja auch geschossen vorhin. Aber wir können den gerne rushen. Mir macht das nichts. Ich spiele ja auch mal ein bisschen Action. Er hat halt einen Dreierhelm und das ist schon ziemlich gut. Wir müssen ja nicht auf den Kopf zielen. Jeder ein Knie. Nee, wir müssen den Körper jetzt töten. Ich will seinen Dreierhelm. Guck mal, der geht jetzt hier vorne links rein, siehst du? Guck mal, wir gehen mal hin. Der ist hier vorne links in dieser Holztruhe da. Der Holztruhe. In dem Holzding. In der Holztruhe. Genau im Norden. Der ist ein richtiger Schatz, ne? Wir rushen den unglaublich. Ich glaube, schon wieder geduckt. Wenigstens höre ich es mittlerweile sogar. Du siehst das, Notfalls. Ja, rechts läuft, rechts raus. Ja, ja, warte. Steifer? Ja, nee, der, äh... Du weißt noch gar nicht, dass wir hier sind. Jetzt hätte ich gerade locker drauf schießen können. Bist du das? Nein, nein, du wirst von rechts beschossen. Du bist von rechts. Scheiße, jetzt haben wir zwei Leute neben uns. Der nehme ich auch noch. Die kommen von da, wo wir hergekommen sind, ne? Ja, ja, aber der Typ ist auch noch von rechts. Von da oben ist ein Stein. Ich bete mal kurz. Bist du in Deckung? Ja, ich bin in Deckung. Ich sehe ihn. Ich habe ihn gesehen. Er ist so bei... 150. Hat einen Hit. Aber ich muss weg, weil der Typ mich von hinten töten kann. Hier, der Erste, den wir gesehen haben. Ich habe keine Luft. Ich habe zumindest Coverfeuer. Ich treffe zwar nichts mit dem Freier. Ich kann nicht von woanders... Oh, ich bin echt da. Du läufst hier noch, ne? Sonst geht es auch, oder? Ja, ich heile mich, ich heile mich. Ja, auch gerade. Der eine Typ ist noch unten. Die kam jetzt richtig zu einem richtig schlechten Zeitpunkt, Mann. Ich wollte gerade den Typ nach unten wischen. Dann war ich noch sehr offen zu denen. Bist du das? Ja, ne? Ja, ja. Bist du hinter mir, ne? Ja. Wir müssen auf diesen einen hier aufpassen. Komm, hast du dir runtergelaufen? Nicht erschrecken. Wir schießen aber nicht mehr auf dich, ne? Ich weiß nicht, wo der Typ jetzt hin ist. Du bist jetzt rechts über mir. Nicht wundern. Ich weiß, wo du bist. Ich sehe dich auf dem Minimip. Komm, wir laufen einfach weiter. Die Zone ist sehr weit weg. Weil wir können uns das Auto hier unten schnappen. Vielleicht ist hier unten noch eins. Rechts von uns ist ein Auto, oder? Ja, da ist ein UAZ. Habe ich vorhin schon gesehen. Wo? Ich glaube, rechts auf der Straße von uns. Nee, UAZ gibt es hier nicht. Aber das ist so ein komischer Pick-up. Ja, so ein Rover oder so. Ich weiß nicht, wie der ist. Oh, ich habe getroffen, sagen die im Chat. Nice. Ein bisschen weiter rechts war der aber, glaube ich, noch. Bist du schon in der Stadt da? Ja, ich weiß. Das ist der, ne? Ja. Nur der andere Typ ist hier halt noch. Und der könnte uns rausschießen, wenn wir Pech haben. Mal, dass der Potato einem hat. Du fährst. Auch wenn ich der bessere Autofahrer bin. Du weißt wenigstens, wo du hin willst. Ja, in den Kreis. Ach, guck mal. Da rechts läuft einer. Das ist der Typ, der läuft, glaube ich, weg. Ja, den wir gesehen haben, ne? Ja, ja. Ja, komm, wir fahren. Bin drin. Oh Mann, der hat sich nicht das Auto genommen, frage ich mich. Hat er sich vielleicht nicht getraut. Ja, ich darf nur nicht Motorrad fahren, genau. Meine Frau ist wie deine. Dieser Tannenbaum. Alter. Alter. Gerüchte es mal. Bin denn drauf, Banana? Oh! Stein. Oh, scheiße. Erinnern sich voll. Ich spawne. Und hole nämlich dich. Ich fahre hier im Berghof und dann bleiben wir da erstmal. Ich bin hier. Oh, retard. Tingo Scra. Noch nicht so weit vor. Die Zone kommt noch und dann... Schauen wir mal, was abgehen. Spieler, 330. Leicht. Ich kann den killen. Machst du mit? Seh nicht wo. Ah, der. Okay, seh ich. Snocked. Ich weiß nur nicht, wo sein Mate ist. Ich hab nur noch einen Schuss. Und den hab ich verkackt. Nee, der ist ja auch knocked. Guck lieber auf sein Mate. Ja, okay. Ich glaub, die werden... Geht hinterm Baum? Die werden beschossen, glaub ich, von hinten. Komm, wir gehen vor. Da müssen Leute kommen. Die sind jetzt noch außerhalb. Puschen dahin. Den Geschossen dann. Und wenn die jetzt gleich in die Zunge reinkommen, dann haben die ein bisschen weniger Leben. Der ist gleich drin. Der ist gleich drin. Der ist ganz hinten rein. Ja, ich seh's. Da läuft einer am Baum. Ja, töte den. Ist tot. Dahinter ist noch einer. Ganz oben am Berg ist noch einer. Äh, der eine ist tot. Ich kann von hinten wissen. Einer kann sehen. Boah. Jetzt bist du mir fast reingelaufen. Ja, sorry, hab ich gehört. 290. Der hat auch keinen Helm mehr. Guck mal, ich von oben zu dem Laufen. Die sind zu zweit. Pass auf, die sind zu zweit. Also, sein Mate ist irgendwo anders da. Hier liegt ja, ich seh'n. Der hat keinen Helm mehr, wenn du seinen Kopf siehst. Der hat mich down. Egal. Ach, der hat dich gefinisht? Ja, direkt sofort. Der hat drauf gehalten. Mein Gott, dafür sind die tot. Ich hab das Sunny, ne? Zur Not. Naja, ich hab genug. Sorry, Becci, ich wollte es mal versuchen. Ist kein Problem. Du musst ja auch lernen. Ja, ich wollte mutig sein. Die haben alle mehr Stunden als du. Das ist alles, das ist okay. Die haben alle mehr Stunden als du. Hätte ich nicht machen sollen, ne, eigentlich. Aber ich wollte mutig sein. Und ich dachte, vielleicht erwische ich die so, wenn die sich auf dich konzentrieren. Ja. Hätte klappen können. Äh, wer ist das denn da noch? Pay F2P Respekts, Leute. Press F2P Respekts. Ich wollte mal mutig sein. Die haben alle keine Sniper-Sachen. Ja, ich hab auch voll potatoed. Ich hab voll potatoed. Erst hab ich auf den rechten geschossen und dann tauchte links dahin, hab plötzlich der zweite auf. Und dann hab ich irgendwie auf beide geschossen. Ich hab dir gesagt, dass das zwei sind. Ich hab's gesagt. Dann hätt's nicht so übergütig sein sollen. Sag ruhig nein. Sag ruhig nein zu meinen dummen Ideen. Dann wollte ich zurückgehen und ne Frag werfen, aber ich kam nicht hinter den Hügel. Die haben so drauf gehalten, die beiden. Oh je, dabei sollte Pia mich doch carryen. I'm sorry. I'm sorry. Tragischer Einzelversag. Wenn einer flankt, ist das schon gut. Aber nächstes Mal 30 Meter mehr von der rechten Seite. Ja, okay. I will try. I will try. Ich hätte ne Frag werfen sollen. Hier bleib ich. Das wäre ne gute Idee gewesen. Ja, aber du weißt dann auch nicht genau, wo die ankommt bei so Hügeln. Ich meine, du kannst versuchen, wenn du die richtig kochst. Ich lasse sie sich jetzt gegenseitig. Hier hab ich ne schöne Ecke. Ich warte jetzt, bis das so 10 werden oder so. Erstmal. Hügeln, du weißt, wenn das jetzt ein Dinner wird, dann zählt das für mich nicht, ne? Aber für dich. Klar, so dann hast du auch. Und dann das geht auch. Auch deine Elo wird dann schwerer, ne? Also du spielst danach schwerere Games, wenn du jetzt mit mir gewinnst. Das muss dir klar sein. Was, wenn ich jetzt ganz schnell rausgehe? Heh, trotzdem glaub ich. Hm, jetzt wär ne K gut. Playzone hat gekillt. Ich guck nur. Ja, ich wollt grad fragen, ob du's machst oder nicht. Ne, ne. Ein Viererscope wär noch schön. Ah, du hast ne gute Posi da oben, ne? Ja, aber ich muss hier weg. Ich bin immer die, die von unten nach oben laufen muss. Immer. Genau, und dann werd ich immer erschossen. Arme Stuffi. Nein, ist okay, ist okay. Hör zu meiner Kurve. Wärst du jetzt dabei gewesen, dann hätten wir die killen können. Ja. Oh, die schießen da. Oh, jetzt ist der Noct, jetzt kann ich den killen. Ah, die Kille. Vorbei. Die sind tot. Wenn die den looten. Hast du drauf geachtet, wie viele Leute, die, wie viele Namen da oben standen? Hat der, hat einer beide gekillt? Oder waren das zwei Namen? Ne, hab ich nicht drauf geachtet. Wenn da jetzt nur einer ist, hab ich den abgefangen. Soll ich auf sowas achten? Ja, ich mach's auch nicht so oft, aber in der Regel ist das gut. Dann weißt du halt ungefähr, manchmal, manchmal bringt das Vorteile. Kann ich das jetzt noch sehen? Oh, hier ist ein Auto. Ist das immer hier? Das schießt keiner. Die sind alle von unten noch. Oder von da rechts oben. Da ist einer. Wo? Da, genau wo du hinguckst, dahinter. Ist das nicht einer? Da? Da ist nix, ne. Okay. Da ist einer. Ja, das sah so schwarz aus. Ja, ja, da war so ein Flecken. Ich dachte, deswegen hab ich da auch hingeaimt. Ich dachte, das wäre einer. Das sind zwei. Nice. Die kommt von links, ne? Die kommt von links, ne? So spielt man. So spielt man. Oh, wie geil du das gemacht hast. So geil. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Oh, da hat die Großer. Richtig nice. Ich wusste nicht, ne? Ich wusste, dass das passiert. Ich wusste, dass das passiert. Deswegen sag ich ja immer, ich bin ein Ultra-Stratege, weißt du? Du musst feiern. Ich bin halt einfach ultra-strategisch. Willkommen. Und nur noch einer. Der hat einen Dreihelm. Ich hätte voll Bock, den zu looten. Aber ich wette dann bestimmt beim Looten. Ah, ich wette, der andere ist aber doch noch nicht hier, oder? Noch nicht, oder? Kann sein. Das weiß man nicht. So, ich bin full drei. Nice. Boah, das ist mal ein Kreis, ey. Oder? Das meine ich halt. Da wäre ich jetzt wieder von... Ich wäre hier wieder gewesen, die unten gekommen wäre. Kann ich hier hochklettern? Das ist die Frage. Ja, kannst du. Na, ich meine so generell hier ganz oben. Ne, kann man nicht. Kann ich hochwollen. Ich bin schon mal einen Berg rauf gewolltet, den ganzen. Na, Vorsicht, dass du nicht stecken bleibst. So fan bin ich auch nicht. Das meinte ich gar nicht. Ich meinte... Das meinte ich gar nicht. Mann. Wenn der über dir ist, dann... Eigentlich voll gut. Ach, das kriege ich schon hin. Nur wenn ich jetzt halt vorgucke, um zu gucken, ob der unten ist, und dann ist der hinter mir. Das wäre blöd. Ich schätze mal fast schon, dass der eher in den Gebäuden drin ist, irgendwie noch. Obwohl, nee, das ist zu wenig. Zu wenig Raum. Vielleicht kommt der auch von hinten, ne? Geht den selben Weg wie du. Da war die Zone aber schon nicht mehr. Ah, ich hänge. Oh Gott. Wo auch immer ich hänge. Das ist mir auch schon passiert. Ich bin auch ein Stecken im Leben. Komm, jetzt ist es so mal wieder oben. Manchmal legt der sich so hin, wenn man sowas nimmt. Ich glaube, der Dude steht wahrscheinlich gleich in der Zone, weil der den Berg nicht raufkommt. Ja, das hoffe ich. Das hoffst du? Ja. So soll mein erstes Chicken Dinner nicht sein. Ich will, dass du den Zerfix nicht der Whitey sagen würdest. Er hat wieder ein böses Wort gesagt. Das sagt man nicht. Wir nehmen diese Gossen-Sprache nicht. So sei es. Sprechen wir gebildet. Wir sprechen gehoben. Ah, da ist der. Easy Tin Kill Chicken mit dir. Carry Guard. Carry Guard am Start. Du bist der Carry Guard. Jetzt musst du sagen, wie heiß du auf mich bist. Ich bin, ich kann schon nicht mehr sitzen. Der Stuhl rutscht schon unter mir. So glitschig ist es. Bam. Hast du gut gemacht. Ist dein Dinner. Hier ist es Pia. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Das ist nicht mein Dinner. Das ist dein eloquentestes. Alle sagen, gg, gg, gg. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich bekle mich. Ich will nicht sterben können. No. Das war Pias erstes Chicken. Ich habe gar nichts gemacht. Und eine Pia hätte ich das nie geschafft. Die hat da einmal richtig gut reingespielt. Das war super schön. Tutorial completed. Du hast mir den einen voll übergelassen. Das habe ich genau gemerkt. Oh, muss noch einen. Und dann hast du dich so zurückgelehnt. Gar nicht. Nein, nein. Ich konnte nicht rechtzeitig rangehen. Wirklich. Ich habe den nicht gesehen. Und so, das hättest du schon machen müssen. Wirklich. Guck mal, hättest du den nicht gekriegt, hätte der mich eventuell auch noch zerstört. Und wenn wir nur so an Team 43 geworden hat, statt Sieg. Also hast du theoretisch den Sieg uns geholt. Nice try. Nice try, friend. Boyfriend. Ja, wir haben uns sonst getötet. You will be highly rewarded this evening. Mit Essen.